Dieser Ford Car ist hier zum Verkauf angeboten. Vier Personen haben in dem grauen Dreitürer Platz. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Bluetooth, Start-Top-Automatik, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 69 PS. Der Wagen ist mit einem Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 9.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte aus 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 L